Also, ich bin Spieler 2, oder was? Genau. Genau. Und warum bin ich nicht Spieler 1? Geht's jetzt einfach los? Genau. Du nimmst den Linken, ich nehm den Rechts. Hey, Vincent. Was ist dein Plan nach demnächst? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich habe nicht wirklich über das gedacht. Du hast es nicht über das gedacht? Das muss das erste für dich sein, Herr Überthinker. Es ist aber auch Englisch. Es ist aber auch Englisch. Ja, aber mit deutschem Text wenigstens. Ich nehme hier eine bessere Lohnfresse, okay? Krieg ich die Nase, oder was? Nee, du kriegst den ordentlichen mit Bart. Ich bin der Vincent. Genau. 14 Jahre alt, rational, diszipliniert, so, das bin ich aber nicht. Finanzstudium. Muss dann gleich mal in die Options. Das ist voll leise irgendwie. Das Spiel ist leise, ja, das stimmt. Danke, Finn. Wer ist gerade am Kochen? Ich weiß nicht, ich glaube, die machen Pause, okay? Weil ich habe von beiden länger nichts gesehen hier auf Twitch. Ich wurde letztens auch schon gefragt, ob ich weiß, was mit Phil los ist. Meine Antwort war, ich habe mit Phil nicht mehr gesprochen, seitdem die da im Live das mal so erzählt haben. Ach so. Deswegen, also Maggie war aber zu dem Zeitpunkt noch live, immer wieder mal, keine Ahnung. Aber haben die eben, als wir im Urlaub waren, gestreamt? Und die Maggie war ja schon täglich online, ne? Ich habe nichts mitbekommen. Aber tagsüber ist bei mir eh schwierig. Ich habe ja nicht mal bemerkt, dass du heute online bist. Also, wir sind Knackis, oder? Ja, ja, ja. Ja. Achteinhalb Stunden habt ihr gebraucht. Dauert das immer so lang? Achteinhalb Stunden? Circa. Ah, ein Chat ein bisschen drunter. Ja, ich hoffe, du bist achteinhalb Stunden bei uns. Original Steve Madison. Ja gut, aber da ein Ostdeutscher und ein Westdeutscher zusammen spielen sollen, kannst du von zehn Stunden ausgehen. Plus die Zeit, die wir uns gegenseitig noch lieb haben. Stimmt. Das Bild vom Sonnenuntergang, da sind wir wirklich, da haben wir keinen Filter drauf. Wo ist das hier? Das soll ich den Zocki jetzt schicken, ja? Nein. Das Beste ist aber, Zocki, was ich dir jetzt schicke bei WhatsApp, das Beste ist aber das Gesicht ganz links. Das ist am besten. Also, äh... Weil da ist wirklich gar kein Filter drauf. Warte mal, ich muss mein Mikrofon... Äh, Steve, wir müssen morgen auch arbeiten. Also, äh, um elf ist vermutlich... Also, ich muss arbeiten, der andere hat Urlaub. Aber da ist vermutlich elf halb zwölf. Schluss, was ist jetzt los? Mann, dieser neue Mikrofonständer, der, der, der killt mich. Nee, das Spiel ist wirklich leise. Ach, ich bin, ich bin gleich soweit. So, hört man mich hier? So, Optionen, Audio, Untertitel ein, Kopfhörer... Hä, kann man da gar nichts einstellen? Das ist alles. Oh, da muss ich aber... Hab's auch gerade gesehen. Da muss ich aber, warte mal, Seitenleiste, da mach ich, mach ich hier... Ach, 71 Spielton, so laut hab ich in meinem Leben noch nie gespielt. Oh je. Ja, dann müssen die Leute... Ist halt ein Problem, weil halt meine Stimme im Vergleich zum Spiel viel zu laut ist. Egal! Egal, komm, fang an! Ja, ich laufe, geht laufe. Okay, ich bin der Lederjackentyp. Ja, was? Du wirst jetzt schon... Kriegst du jetzt schon hinten einen rein, oder was? Nicht ganz. Hast du gewusst... Aber ich kann... Ich kann dir schon mal sagen, kurzer Spoiler. Zirgi. Du hast ein sehr schönes Glied. Ah ja, okay. Ich kann dir schon mal sagen, kein Spoiler, es gibt eine Studie, die sagt, wenn du Schluck aufhast und dann... Wo bist du? Hier. Wenn du Schluck aufhast und jemand kitzelt dir an der Rosette, dass das tatsächlich gegen Schluck aufhilft. So, wollte ich dir nochmal... Haben sie in der Studie erforscht? Das werde ich demnächst mal ausprobieren. Snuffer, musst du dich mal zur Verfügung stellen. Nein, ich mach das. Aber... Hi. Hä? Das bist ja gar nicht du. Hey. Hey. Was willst du? Nee, das bin ich nicht. Der hat kleine... Der hat kleine Männerbusen. Hier muss man Sachen auswählen, verstehe. Stay strong, Männerbusen, Mann. Du denkst, ich bin ein Pusse, hm? Ja. Rüber, du hast eine Adolf-Hitler-Frisur. Nie bloß das. Warum ist mein Fenster eigentlich so klein? Weil das... Das ändert immer mal. Das wechselt sich immer mal ab. Ich finde das gemein. Ich finde, ich sollte im Mittelpunkt stehen. Oh mein Gott, Mann. Dieses Ort ist schlecht. Vor allem sehe ich gerade. Warte mal, ich muss dich ja rüberschieben. Ich habe keine Ahnung, was für perverse Sachen du jetzt wieder von dir gibst. Ich lasse mich nicht einfach so schieben von anderen Männern. Weil du bist ja links. Das ist die Janni. Ja. Aber ganz links, das Gesicht ist am besten eigentlich. Ja, das passt auch zum Namen. Pupsi. Naja, da muss ich sagen, ich kann mir euch beide gut beim Bumsen vorstellen. Ja, das ist schön zu wissen. Ja. Hast du TikTok noch laufen, oder? Ja. Das kann ja was werden. Nee, es sind eh bloß zwei Leute drin in TikTok. Geht das wieder los? Get down! Get down! Und move it all around! Yee-hee! Äh, kann man da... Hey, wieso kannst du laufen? Ich nicht. Kommt noch. Ich soll hier was unterschreiben. Ich unterschreibe grundsätzlich nichts ohne meinen Anwalt. Doch, anscheinend schon. Das ist alles, mein Name. Move it all. Okay. Ich soll abzischen, hat er gesagt. Das Problem ist, meine Kamera ist genau da, wo dein Untertitel ist. Das ist ja blöd. Man sieht ja die Untertitel gar nicht. Meine Zuschauer können... Meine Zuschauer können kein Englisch. Warte mal, ich glaube ich zieh mich mal nach oben. Und dich vielleicht auch. Dann sieht man zwar das Follower nicht mehr so gut. Ohne die Info hätte ich dann nicht schlafen können. Achso. So. Ist jetzt besser. Mein Chat sagt ja nichts. Sie akzeptieren das so, wie ich es mache. Weil, äh... Die vergöttern mich. Während sie alle nebenbei selber sagen. Hast du gewusst, dass die Angie seit 18 Wochen Harry Potter spielt? Und einfach... Hey, der schubst mich, der Dreckser. Ich komme dir zu Hilfe! Die spielt das schon eine Weile, ja. Die kommt nicht vorwärts. Die ist zu blöd für Harry Potter. Das spielen Sechsjährige. Wo ich muss mich ausziehen. Oh Gott, ich muss mich ausziehen. Oh je, jetzt kommt die Musterung. Analpräparation. Da stehe ich jetzt gleich, oder? Wo die beiden da standen. Vielleicht. Lüge mich nicht an. Du wirst erst mal ein wunderschönes Glied sehen dann gleich. Ach, deswegen hast du TikTok gesagt. Was ist mit dir? Ja. Hast du Oxide Room gesehen? Ja. Da hat man auch ein Glied gesehen. Also ich werde hier gerade abgeduscht, nackig. TikTok, das Bild in TikTok ist auch schon weg. Du kannst die Kamera, aber du hättest die Kamera drehen können. Echt? Ja. Oh, das weiß... Oh, da war ein Pimmel! Guck jetzt, ob deine Kamera größer ist. Ja, weil ich nackig bin. Da war echt ein Schwanz. Ich fass es nicht. Ich will den Schwanz von dem Schwarzen sehen. Liebe Freunde in TikTok, tut mir leid, dass ihr gerade kein Bild habt, aber da sind nackige Schwänze und das darf ich in TikTok nicht zeigen. Selbst wenn sie virtuell sind, geht das nicht. Ihr müsst jetzt kurz Geduld haben. Warte, das... Nee, das ist nicht mal der, das darf ich zeigen. Nackige Männerkörper sind auch... Ja. Äh, wann sind wir hier Besucher zu lassen? Hä? Niemals heißt das. Niemals weitere Fragen? Gut. Willkommen zu deinem neuen Haus. Wir sind hier fertig. So, jetzt halt, oder? Kann ich wieder TikTok anmachen? Go, 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 go! Hast du es wirklich ausgehabt? Das Bild in TikTok ist aus, ja, natürlich. Alter, ich werde sofort... Hier siehst du nackte Männerärsche. Ich werde sofort gesperrt. Wirklich? Ja, TikTok ist so. Ich muss das jetzt auslassen erst mal. Sorry, TikTok. Tut mir echt leid, aber ich kann das in TikTok nicht zeigen. Ich kann nur kurz so. Da, so, hier, so. Nacken Popo und wieder weg. Geht ganz schnell. Das ist eigentlich krass, oder? Wer den nackten Arsch sehen will, muss halt leider schnell in Twitch rüberkommen. Sonst geht es nicht. Aktuell ist Zensur in TikTok gerade. Hättest du gerade mal nach oben geguckt, da siehst du noch was ganz anderes. Warum sagst du das denn immer erst nach dem? Was ist denn da oben? Du kannst jetzt den Schritt gucken können, wenn die hoch über dir laufen. Ach so, ja, aber ich bin ja kein Perverser. Also doch, aber nicht virtuell, nur in echt. Anziehen. Okay, jetzt geht es gleich wieder los, oder? Ja. Alles klar. Dann mach jetzt TikTok wieder an. So, jetzt sieht man den TikTok auch wieder was. Der Nacke, dein Mann, ist jetzt weg. So, jetzt haben wir wieder Lederjacke an. Sehr gut. Nee, so wie der Typ gestern sieht er nicht aus. Der war so lustig. War das gestern, ja, ne? Vorgestern war das. Gestern war ich auf dem Berg. Oder? Nee, ich war gestern... War ich gestern live? Nee. Gestern warst du nicht live, ne? Nee, ich bin gestern tatsächlich auch um halb acht eingeschlafen. Nach einer Bergtour schlafe ich meistens danach. Kennen die sich jetzt schon? Nee. Wir lernen uns jetzt kennen. Also das, was wir gerade in diesem Gefangenenwagen hatten, das ist quasi... Jetzt spielen wir die Vergangenheit, oder was? Das bin ich nicht. Geh woanders hin. Ich bin das nicht. Wir können doch nicht zu uns. Ich trainiere jetzt ein bisschen. Digga, ich werde hier Muscle Mania. Hier kann man voll das Knastleben spielen. Mal drei Stunden trainieren, dann gehen wir wieder rein. Digga, ich bin hier voll. Wir können auf dem Story-Verlauf völlig entgegenwirken, indem wir einfach komplett hierbleiben. Geht das auch? Ja, ich würde einfach... Wir hören einfach... Wir akzeptieren die 14 Jahre Knast. Wir spielen jetzt den Knast-Simulator. Ab wann gibt's eine Trophäe? Wie viele von den Klimmzügen muss ich denn machen? Ah, Curious ain't no good. Get you in trouble, you know? Nede Frage? Oh, also langsam wird's schwierig. Oh, 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 oh. Er ist schon erschöpft. Oh, 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 oh. Oh, 16. 16. Komm, 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 komm. 700 schaffen wir noch. Komm, 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 komm. Oh, mir tut mein Finger weh. Scheiße, Digga. Ah, ich leide. Ah. Komm, schau. Ah. Ah. Oh, 17, Bruder, 17. Mir geht, glaube ich, nicht, oder? Boah, das ist echt anstrengendes Training. Ah. Oh, mein Wixfinger, der braucht... Andi Ladies, mein Finger, schon mal, wie schnell der ist. Ah. Komm, die 20, Digga, die 20. Komm schon. Komm schon. Gönner-G, mach's möglich. So, jetzt brauchst du dann mal deine Hilfe bald. Ich bin gleich da, ich mach noch die 20, Bruder. Boah, Alter, 20. Tumult auf den Grund gehen. Aber ich wollte noch ein paar Liegestütze machen, eigentlich. Ich hab frisch trainiert, wenn ich jetzt dazu stoße. Er könnte auf der Außensteine sein, aber er meint immer gut. Soll ich ihn töten für dich? Versuch's. Ich mach das. Hey, 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 what the hell? What are you doing? Go! Kill him! Huh? Take him down! Oh, du Idiot. Komm mal, Motherfucker. Oder? Wie schlecht du bist. Du bist hier voll geschlagen. Das kann gar nichts machen. Hallo, Tapion ist da. Schön Rücken an Rücken, ne? Ja, geil. Aber nimm mal eine Stunde da, ne? Direkt Trouble. Geh es ab, bevor ich dich alle in solitär. Geh an! Du solltest deine Beine sehen. Du! Die Nase kannst du auch nicht mehr richten, ne? Ja, das ist halt... Ja, deswegen kostet es ja auch 50 Bits, weil es lange geht. Ich würde dem Knast, ich würde so untergehen. Ehrlich gesagt. Ich glaube auch. Dass man da echt schlechte Karten hat. Den ist ja schon ein bisschen pussyhaft und habe so meine Eigenheiten. Ich check nicht ganz, wo du immer bist. Mann, lass mich da hinsetzen, du Arsch! Warum klatschst du die? Weil die nie aus dem Weg gehen. Was soll denn das? Eindruck verschaffen. Da bist du, ich seh dich. Oh, du wirst abgestochen, Bruder. Pass auf! Und schon wieder Schlägerei, oder was? Oh. Autsch! Hey, take this! I'll kill you! Hier habe ich mir gedacht, wenn die einfach mal sprinten würden auf uns zu, hätten wir gar keine Chance. Ja, aber das ist irgendwie... Wir müssen hier ein paar schüsseln. Das interessiert ihn gar nicht. Alter, ich werde hier voll vermöbelt. Warum genau will der dich eigentlich dauernd töten? Jede Frage. Er hat echt einen abgestochen, wie brutal bin ich denn? Hey, Augemacht. Ja, das kommt noch raus in der Story. Shit. Ich hasse diese Dinge. Hast du nicht die schlechte Dinge, die hier zu worrychen? Ich habe gestern beim... Gestern, als ich im Berg aufgestiegen bin, musste ich am Anfang so einen schmalen Waldpfad hoch. Und das Lustige ist, keine 15 Meter, nachdem ich aufgestiegen bin, also quasi noch am Parkplatz, war eine riesige Kackwurst. Also richtig, also wirklich, wenn du die Faust nimmst, hier so faustdick war die Wurst. Ich habe mir echt gedacht, der muss Schmerzen gehabt haben. Und das mitten auf dem Weg, mit Klopapier daneben und so. Ekelhaft. Aber du bist es sicher, das war nicht deine. Meine war es nicht. Ne, ne, ne. Das war sehr beeindruckt. Ich habe echt überlegt, ob ich ein Foto mache, aber dann bin ich wieder der Verrückte, der sowas fotografiert. Ich kacke immer, bevor ich Auto fahre. Ich finde das lustig, dass der Untertitel so wackelt. Sei wach. Hey, stimmt. Hm. Voll schlecht gemacht. Du kannst nicht einfach rauskommen. Natürlich kann ich. Wir werden beide in der Haube enden. Ich habe keine Wahl. Okay, okay, ich werde dir helfen. Nur nicht getroffen. Okay. Bleib deine Augen scharf. Ja. Meine Aufgabe, ich soll jetzt rumliegen, oder was? Während du da rumspazierst. Hm, musst auch gucken. Du musst für mich die Augen, die Augen spielen. Naja. Okay, ich werde die Nurse distraken. Nur schau auf sie. Wo ist sie überhaupt, die Nurse? Draußen ist die. Ich sehe die gar nicht. Hey, Nurse! Komm mal her! Nurse. Was kann ich für dich tun? Do you know, when I'm getting out of here? Is that why you called me over? Yeah, sorry. But I'm a bit bored here, you know? I... I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Okay. Thank you. Ich glaube, das war schon zu früh, oder? Sorry. I'm just getting restless here. That's understandable. Ich brauche neue Sounds. Nö. Kanalpunkte sind nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht mehr. Wie war das? So, äh... Alright. Wie warst du in einer Prisade? Ich habe hier bei mir eine ganze Zeit gelebt, Jetzt geht er weg. Jetzt solltest du vielleicht... Nee, jetzt nicht. Doch, jetzt kannst du gehen. Jetzt sitzt er da. Die guckt ja auch in meine Richtung, ne? Aber sie hat so ein Ding, so ein Rollo vorm Kopf. Meinst du, das reicht? Ja, sicher. Sicher. Gar kein Problem. Die putzt und schrubbt. Ich sehe deinen Kopf. Bringst du ihn jetzt um? Nee. Jetzt musst du ihn wieder ablenken. Ich kann ihn nicht ablenken. Er sitzt da einfach. Achso, warte. Ich muss erst gucken, dass die Tür zu ist. So war das dann, ne? Wie war denn das? Weiß es nicht. Wie du mich prägst? Du bist ja süß. Als würd ich das witten. Ich schlag das letzte Mal. Better Nock hat das gemacht. Scheiße. Vincent muss etwas tun, um zu tun zu tun. Ich muss etwas wegen der Wache machen. Na dann mal, ich mache gleich etwas gegen die Wache. Was muss ich denn... Ach, ich soll da jetzt klopfen, oder was? Nee, ich mag nicht. Ich habe nicht vor, dir zu helfen, ehrlich gesagt. Sie putzt weiter. Ich habe Schmerzen. Ja, ich habe diesen schmerzlichen Schmerz. Ich brauche etwas für ihn. Welcher Typ Schmerz? Ja, ich habe diesen schmerzenden Schmerz. Ich meine, es ist nur... Ich sehe Flaschen. Ist es etwas, was du mir für ihn geben kannst? Ich kann es überhaupt nicht öffnen. Das spielt an sich rum. Ah ja. Ich gebe dir ein paar Pflanzen und Wasser. Okay, ich habe es verstanden. So, jetzt geht sie wieder dahin. Und putzt einfach weiter. Die soll mir eine scheiß Schmerztablette geben. Die Steuerung sieht madig aus bei dir. Ja, die ist er. Kann ich mir besser vorstellen. Da ist er. Ah ne, warte mal. Musst du das nicht aus dem Fenster schmeißen? Ne. Alles gut. Aha. Ich habe es. Du bist so komisch. Schau, du liegst auf deiner Decke. Ist einfach schon merkwürdig. Hey, was hast du da? Nichts. Gehen wir. Hallo, Raphael. Wie geht's? Wie steht's? Aber die Geschichte ist schon gut gemacht. Hallo, Promi. Hallo, Promi. Wie geht's? Wie steht's, Promi? Twitch dauert noch. Wie geht's? Ach so. Naja, Twitch anmelden dauert nicht lang. Raphael oder was? Ja. Bromi! Alte Sockenhaut. Ich habe mir das Paschetti-Paar-Bomara gemacht. Mit Sahne drin. Und dann kriege ich Durchfall. Wollte ich dir nur sagen. Nicht schlimm. Kenn ich. Hatt ich auch. Soll ich dir mal erzählen, wie sich das angefühlt hat? Nicht mein Problem. Rumi, ich habe Durchfall. Ich kann mich selbst behandeln. Wie du da in der Infobox gemacht hast. Also falls ich spontan aufs Klo muss, dann muss es schnell gehen. Nein. Ich bin nicht. Hör, ich bin ziemlich in on this. Ich versuche, dass du dir verstehen kannst, dass du meine Hilfe wirklich nutzen kannst. Wie ich gesagt habe, ich kann mich selbst behandeln. Was über Harvey dann? Who the fuck is Harvey? Warum hast du eigentlich so 70er Jahre Koteletten? Und? Wo the fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Ja, Mann. Sei mal nicht so ein Jude. Ich mag deine Nase. Geil, ne? Ja, das ist so eine Nase, wenn der eine Frau mal ein bisschen leckt, dann kann der am anderen Loch auch noch einhaken. Der kann mitmachen, ne? Das ist schön. Hat echt Spaß. Ich bin die 03465, merkt ihr diese Nummer? Wer ist denn der Harvey? Warum soll ich dir das jetzt verraten? Ich dachte nur, ich hab's vielleicht verpasst. Ich krieg immer die Hälfte von so einem Spiel nicht mit, wenn ich mit jemandem spiel, weil ich dann zu abgelenkt bin von deiner Schönheit. Du hast schon zwei Daily Subs bekommen. Du reicher Typ, ich hab noch gar nichts bekommen. Ich hab... Nein, mein Näschen ist nicht mal im Ansatz so kantig, zickig, hexenmäßig. Zackig. Und ja, ich bin auch deswegen sehr beliebt, weil wenn ich den Venus-Hügel einer Frau oral beglücke, dann hake ich am Bauchnabel mit ein. Du hast das? Sure. Whatever you say. I need it. Auf jeden Fall. I get it. What's your plan? Das Ding ist, äh... Der Broffel hat mir ja mal erklärt, wenn ich über die Stränge schlage, dann reagiert er immer nur so. Das heißt, jedes Mal, wenn er nur so kurz antwortet, außer wenn er müde ist, dann weiß ich genau, er sagt da lieber nix dazu. Emotional damage! In der 69er-Stellung, da knacke ich immer dreimal ein, bis ich richtig bin. Es wird aber gut, dass du die wenigen Worte verstehst dann immer. Ja, ja, ich verstehe das schon, aber es heißt ja nicht, dass ich aufhöre. Jetzt sind wir wieder im Flugzeug. Hä? Achso, das ist wieder Gegenwart jetzt, oder was? Hm, genau. Die Nase des Mannes... Da hast du recht, Promi. Der Spruch trifft bei mir. Den Hoden sagt, in kaltes Wasser hängen. Aber bei mir ist der Unterschied, meine Nase steht ein bisschen ab, weißt du? Das ist gut. Bei ihm merkt man, da ist dieses Oberlippen-Bed, das ist quasi noch nach außen hin an der Nase so angeheftet. Der hat wieder Haken, genau. Der Schildkröten macht, was immer ein Schildkröten macht. Der Schildkröten macht, den kriegst du nicht mehr los. Der einmal einrastet, dann ist es vorbei. Es gibt Schildkröten, da haben die Männchen, die haben wieder Haken, damit sie beim Bumsen mit dem Schildkrötenweibchen sich im Panzer einhaken können. So ähnlich ist das bei dir und Snowfall auch. Außerdem kriegt Dresden eine neue Chipfabrik, ja? Ja, habe ich gehört. Kann ich bei euch das Arbeiten eigentlich anfangen? Denke ich. Kann ich nach Dresden ziehen, dann können wir... Dann kann ich jetzt, während ich zu dir in den Stream gucke, würde ich mich neben dir sehen, wie meine Zunge ganz sanft deine Backen berührt. Weil der Proffel, und das wisst ihr nicht, also ich meine nicht die Gesichtsbacken, der Proffel hat nämlich einen Stuhl, da ist hinten so eine Analöffnung für die Po-Backen. Und da kann man, wenn man hinter ihm steht, kann man da dran rumspielen. Er ist nämlich heimlich ein Rosettenkitzler. So, jetzt bin ich mal wieder ein paar Minuten ruhig. Proffel sagt nichts, ich schlage über die Stränge. Jetzt stell dir mal vor, die beiden würden ingame gerade über sowas sprechen. Ey, das wäre so ein lustiges Spiel. Das wäre so geil eigentlich, aber es gibt ein Spiel, da reden die so über Pimmel und sowas. Ey, das wäre doch super. Wie heißt denn das? So Jerk-mäßig, wie in der Serie. Aber wie heißt denn das? Das wäre eigentlich... Ich habe das gesehen und mir einen Schweiler angeguckt und gedacht, das wäre das richtige Spiel für uns. Ich habe das gesehen. Ja hier habe ich geradezu. So. Vielen Dank.